Was ist das? Was ist die Zukunft der Welt? Was ist die Zukunft der Welt? Was ist die Zukunft der Welt? Um es auf einen Punkt zu bringen, ich möchte nicht Rohstofflieferant sein, sondern Endprodukt-Lieferant. Und ich möchte nicht ein Bild machen oder drei Bilder machen, wo dann eins draus gemacht wird, sondern der Versuch ist, in diesem einen entscheidenden Moment zu schaffen. Das ist eigentlich der intensivste, auch das intensivste Glücksgefühl, das, was den Job so faszinierend macht. Und nicht am Rechner hinterher fünf Bilder zusammenzubauen, dann sitzt man nicht da und sagt, wow, bin ich toll. Sondern es ist eigentlich der Moment vor Ort, wenn man das Erlebte in diesen entscheidenden Sekunden in den Kasten kriegt. Ich muss aber auch zugeben, dass ich während des Studiums sehr ungeduldig war, gerade gegen Ende. Das war dann siebtes, achtes Semester, wie es dann auf die Abschlussprüfung, auf die Diplomarbeit auch zuging, dass ich raus wollte in die Welt und wollte endlich anfangen zu arbeiten. Und es eben nicht nur über diese intellektuelle Schiene, sondern dann auch sagen, und ich habe dann zum Beispiel, kann ich dir eine kleine Anekdote erzählen, und ich habe dann wirklich im letzten Semester mal meine ganzen Arbeiten, die ich so gemacht habe, in den zwei Semestern davor, also in diesem Schwerpunkt-Fotoreportage-Bereich, habe ich zusammengepackt und bin zum Stern gefahren in die Bildredaktion und habe die dem damaligen Bildchef auf den Tisch gelegt und habe gesagt, ich möchte keine Bilder verkaufen, habe ich zu ihm gesagt, ich möchte einfach nur, dass Sie dazu was sagen. Ich möchte gerne Ihre Meinung zu meiner Fotografie hören. Und der hat mich so zerlegt, der hat mich so zerlegt damals. Und ich weiß es noch, ich bin, also das waren 15 intensive Minuten, ich war nicht länger in diesem Büro, vielleicht 20, also es war wirklich eine kurze Zeitspanne. Und der hat mir ein Bild nach dem anderen, sagen wir mal, nach journalistisch-handwerklichen Kriterien auch zerlegt. Oder hat mir Fragen gestellt zu einzelnen Bildern, die ich vielleicht nicht beantworten konnte oder wo ich eine Geschichte zum Bild erzählt habe und er sagte dann zu mir, ja, sehe ich aber nicht. Sehe ich nicht. Schön wird, wie Sie das erzählen, aber Sie haben es visuell nicht umgesetzt. Und so hat er, also ich wurde immer kleiner, ich wurde immer mehr unsicherer, sage ich mal. Und dann klappte er die Sachen zusammen, drückte sie mir in die Hand und sagt zu mir, aber Sie sind auf einem guten Weg, Sie schaffen das, ich weiß das. Sie haben eine Menge Potenzial, Sie müssen es nur wachrufen. Und dann hat er gesagt, wir sehen uns wieder. Und wir haben uns auch wieder gesehen, zwei Jahre später. Also ich habe eben, wie gesagt, von Stern zwei Jahre intensiv den Formel-1-Zirkus begleitet, habe da jedes Rennen gemacht und bin eben alle zwei Wochen mit diesem Zirkus um diese Welt getingelt. Und es gab dann diesen Moment am Ende der Saison, dass meine Frau zu mir sagte, weißt du eigentlich, dass du, wenn du montags aus dem Flugzeug steigst, ein komplett anderer Mensch bist und einen relativ hohen Arschloch-Faktor hast? Und das war ein ganz wichtiger Moment für mich, darüber nachzudenken, ob ich das in dieser Form weiter betreiben kann, ohne auch das Familienleben zu gefährden und ohne meine Privatsphäre kaputt zu machen. Und habe dann im Jahr, also es gab den Moment, ich habe ein Buch für den Stern gemacht über diese Formel-1-Saison. Und dieses Buch war für mich im Endeffekt wie ein Portfolio, mit dem ich bei der Automobilindustrie dann die Türen geöffnet habe. Das haben Leute gesehen, die haben mich dann offensiv angerufen, haben gefragt, ob ich für sie fotografieren kann. Und so kam dann eins zum anderen, dass das so erst von Porsche dann zu Audi kam und dass ich viel für die gemacht habe. Aber extrem viel im Corporate-Bereich. Also ich habe direkt für die Firmen gearbeitet, für die Kommunikationsabteilungen. Oder mache das immer noch. Und auch aber Werbung für Agenturen. Oder mache das immer noch. Oder mache das immer. Na, wann hat es schon gerade, war aber ehrlich gesagt. Ja, bin ein Typ. Und ich habe mich zu dir, war nicht mehr. Sehr gutMusic再來. know in der Moment? Ja, ich weiß es halt irgendwann einmal. Wie macht das?